Hallo, ich bin Tanna und ich bin Social Media Managerin. Hallo, ich bin Kiana und ich bin auch Social Media Managerin. Wichtig ist, dass wir immer den Überblick passen. Die wichtigsten Qualitäten als Social Media Managerin sind Spontanität, Kreativität und Affinität für neue Medien. Unsere Hauptaufgaben sind Community Management, Monatsplanung erstellen, Workshops durchführen, aber auch Social Media Ads erstellen. Hier über DigiCube zu arbeiten ist vor allem cool, weil es einfach Abwechslungsdrehen ist. Wir haben sehr viele verschiedene Kunden, darum auch sehr viele verschiedene Branchen, wo wir etwas machen dürfen. Wir haben ein allgemeiner Gotik.